Nachwuchscoach Ante Czovic wird neuer Trainer bei Hertha BSC. Wie der Klub am Sonntag mitteilte, beerbt der bisherige Trainer der U23 den zum Saisonende scheidenden Pal Dardai. Der 43-Jährige holt zudem den früheren Bundesliga-Profi Mirko Dickhaut als Co-Trainer. Czovic war als Spieler von 1996 bis 2000 bei Hertha aktiv gewesen.